Mit Oktrak habe ich kein Mitleid, er hat den Tod verdient. Er steht ihm recht, wenn er sein Schwert nicht schneller ziehen kann. Einige sagen, ein Freund nicht sei getwittet worden. Er wurde jetzt nur ein Fass gestolpert und in die Grube eines Karagors gefallen. Hier hat man seine Eltern ansehen. Anfällig für Schleich-Totsstöße. Furcht vor Garagor, hast Gule. Warum ist das eine Stärke? Hast, Fliegen, Gegenreaktion. Deine Konter haben keine Wirkung, Überwurf. Regeneration. Halt sich kontinuierlich und schnell. Ja, shit. Anfällig für Schleich-Totsstöße. Das ist eigentlich alles. Wir finden den Kopf auf meinen Pfahl. Hast du Angst, nicht mehr zu sterben? Jo. Aber auch nur, weil ihr viele seid. Allein würde ich dich fertig machen. Hier gibt es irgendwo Pfeile. Genau, der Waldläufer ist nicht doof. Diese Karagor fressen ständig klark. Was ist mit uns? Doch, der Barsch hat mit ihm zu klark. Doch was vor? Der erzählt an jemanden, wie dich verdammt. Nun gut. Aber wenn niemand hinschaut, wer ihn noch an. Den habe ich ausgewählt. Wo ist denn der? Finde, den ziehen und markiere es. Okay. Ist das eine Feinermaus? Vergesst eure extra Schwerter. Wenn ihr den Pfeil bleibt lassen, ihr jagt ihr meine Bolzen ins Herz, bevor ihr euch überhaupt da kommt. Ich will nicht zuerst ziehen, dann war das für dich. Nun. Halte mich für verrückt. Aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört. Auch gehört. Die Sklaven machen sich schon in die Hosen. Ich mache das auch nicht. Was glaubst du, was es ist? Keine Ahnung, wir können uns. Du hast auch immer es nicht gekämpft, es wird mir sehen. Er ist irgendwo hier. Der Hauptmann hat sich schon eine Art in die Fälle nicht verblicken lassen. Wir sind auch egal. Die ganzen Tiere und die Gäger schrafen werden. Der Hauptmann hat sich schon in die Fälle nicht verblicken lassen. Ich kann mich mal nach oben. Vielleicht wird der Cargoyer meine Arbeit. Ja. Dankeschön. Kann auch ganz einfach sein. Kampfbericht. Oh, in der Nähe. Macht 4. Anfällig für Kampf-Tode-Stöße. Anfällig für Schleich-Tode-Stöße. Anfällig für Kern-Kampf-Angriffe. Anfällig gegenüber Briten und Westien. Hassfliegen, Niederladen. Kampfgestillt, Furchtlos, Schnüffler. Regeneration, aber Anfällig gegen Fernkampf. Mein neues Ziel. Oh, Buk. Der Tapfere. Das ist er nicht. Schatz, ich muss da rein oder da rüber. Meint ihr, er arbeitet für jemanden? Was ist das da? Bilder Anstuf... Stufe 10. Was soll das sein? Jetzt räumen wir mal ein. Müssen wir sehen, was das ist. Ach, das ist, weil der gestorben ist. Das ist die Belohnung. Na, hier war ich doch schon öfter. Wer ist das? Den will ich ja haben. Muck, Muck. Ich muss mich nochmal kurz stärken hier. Ah ja, und der blitzt auch noch so. Das heißt also... Das ist mein Uckbuck, oder? Anfällig gegen Fernangriffe. Oh, sehr anfällig. Ein Kopfschuss und der Tod. Oh, ich hab ihm ins Auge geschossen. Wer weiß. Der wäre noch ganz in der Nähe. 20. Der wäre noch in der Nähe mit 8. Das ging ja noch. Uckrum, die Legende. Ja, den hab ich ja auch schon gesehen. Ich brauch mehr Details zu dem. Schaff ich den nicht. Details sind wichtig. Jetzt muss ich natürlich auch dahin, um mir mein... Zeichen zu sammeln. Meine Belohnung. Da ist er! Da ist er! Da ist er! Ich rieche etwas Wo ist denn das Ding? Ich hole besser Verstärkung Doch aufsammeln Aufsammeln Auf dich zu bewegen Auf dich zu bewegen, der war gut Da komm ich nicht hoch, shit Da komm ich hoch Die haben ja ganz schön zugesetzt Das Euro hat schon benutzen Das Euro hat schon benutzen Da hängst du da irgendwie an dem Pfosten da An dem Ja ich baue es mal Da hinten muss ich hin Ich muss mir noch eins zum Verhören Muss ich mir vorher noch aussuchen Wenn du was treten willst Dein Kampfgefell ist richtig Mit einer Angst oder einem Schwert Und stoß nicht einfach einen Speer aus sicherer Entfernung in die Eingeweide Irgendwie einen bräuchte ich den ich noch Verhören könnte Da wär einer Da wär einer Da ist mein Hauptmann Nehmen wir uns noch den da oder? Hä? Da will er nicht hoch Da haben wir uns noch Ein Jäger, der seinen Speer wert ist, kann jeden Beute in Schach halten Warum? Was ist mit dir? All diese Bleichheit verpesten dir Luft auf fest und marm! Das ist gar nicht mal sü! Erlaubt vorne, vorne! Hatte ich den nicht? Ich wusste, dass ich vor meinem Tod noch zu meiner Rache kommen würde! Finde ich nicht lustig! Nein, die Strategie funktioniert nicht! Ich wollte drauf! Drauf springen wollte ich auf den Typen! Wenn ich dich fange, bist du tot! Ich muss mich nicht auf den Typen! Die Br discharge des Two-Bit-Dieses vor. Vor dem Typen lieber das war. Unsere Ahnung! Ich muss mich auf den Typen nehmen! Denen Sie in den Typen kommen! Regen Sie in den Typen nicht! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So wird das nix mehr Oh mir ist das Ich habe gleich nochmal abgeschossen Aufheben Er ist da oben Er ist wohl abgehauen Damit komme ich nur nach unten, das will ich gerade nicht Der hat sich auch schon wieder Ja Der hat sich auch schon wieder Und der hat sich auch schon wieder Ich dachte den hatte ich erwischt, aber den habe ich ins Wann umgebracht. Und was wollte ich eigentlich? Ich dachte den hatte ich erwischt, aber den habe ich ins Wann umgebracht. Ich habe keinen ausgewählt. War da nicht irgendwie einer in meiner Nähe? Oder habe ich den gerade umgebracht? Die sind alle gleich hässlich oder? Okrum. Den wollte ich eigentlich. Dazu wollte ich einen. Ich habe hier eine entdeckt. Was gibt es da noch? Nein. 30 erreicht. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 5. So was aber auch, wer war das bloß? So, wer war das bloß? Tja, das ist natürlich doof. Wo hat es denn hier Pfeile? Ja. Ausgelacht. Warum nicht, dass das der richtige ist? Ne. Kann ich mir irgendeinen unbekannten? Einen müsste ich ja noch haben, da unten. Da ist einer. Ischmosch. Doch, barmherzige. Barmherzig zu wem? Nein. Den da hatte ich ausgewählt. Genau. Anfällig verschleicht Todesstöße. Mein Kampf Todesstöße. Schneller Läufer. So. Das ist ja doch... Ich dachte, da wäre ein Feuer. Doch kein Feuer. Ja. Ging schleicht Todesstöße. So. 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 Im Moment. So. 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 Das wird nicht funktionieren. Du entkommst uns nicht. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Du entkommst uns nicht. Du entkommst uns nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 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 2017 sterben die eigentlich wenn ich das zeug da abschieße oder die werden nur verscheucht was gibts denn hier noch? dann nehmen wir doch das mal hier an den griff ich muss herausfinden wie man karagor und kauf selbendig ein zerkassen komm schon du wirst niemals der festchen meister von dota und könntest aller höchstens als gehelfendes schmisch retten wo soll das sein da irgendwie drunter ich muss dann hier rein jetzt hängen wir alle viel zu viel